Wir schreiben das Jahr 1976. Schräge Frisuren, Schlaghosen und der allererste Golf GTI. Seitdem hat sich natürlich viel getan, aber er ist und bleibt der Urvater des Volkswagen ab GTI. Wir haben hier die rote Kühlergrill-Umrandung. Genauso finden wir sie hier vorne im Kühlergrill. Die rote Linie, der rote Faden, der sich durch das Thema GTI zieht. Allerdings die Entwicklung, gerade beim Thema Räder, die hat schon stattgefunden. Wir haben hier nochmal Stahlfelgen, wenn wir hier wirklich schöne große Alufelgen haben. Ansonsten diese schwarze Zierleiste, dieser schwarze Dekostreifen, der stammt vom Urvater, vom Golf 1 GTI und genau der wurde hier auch beim Ab GTI adaptiert. Doch hier geht es nicht um den Urvater von 1976, sondern um das nagelneue Modell, das Topmodell der Abbaureihe, den Ab GTI. Und den schnappen wir uns jetzt, um ihn auf den kurvigen Straßen hier rund um Monaco und Nizza ausgiebig zu testen. Wir wollten ja ursprünglich mal herausfinden, wie viel GTI tatsächlich, wie viel Fahrspaß tatsächlich hier im Super-Kompakt-Sportler steckt. Und wo geht das besser als auf diesen engen Serpentinenstraßen hier rund um Nizza und Monaco. Und da schlägt sich richtig gut der VW ab. GTI mit diesen drei magischen Buchstaben. Die 115 PS auch in einem höheren Gang bergauf. Die schlagen sich sehr, sehr wacker. In engen Kern, wenn man da voll drauf tritt, da hat man schon mal so ein bisschen durchdrehende Räder. Das kaschiert die Elektronik natürlich sehr gut. Das ist man auch so gut von VW. Das passt. Die Lenkung gibt sie auch schön direkt und zielgenau. Könnte für mein Gefühl jetzt noch mal so eine ganz kleine Spur direkter sein. Ein bisschen bisschen bistiger noch ansprechen. Aber im Grunde genommen passt das. Das Getriebe. Da freue ich mich sehr, dass wir eine präzise Handschaltung haben. Mit sechs Gängen, sechs Fahrstufen. Mal kein DSG, kein 7-Gang DSG oder kein 6-Gang DSG. Das ist sehr, sehr schön. Auch hier für meinen Geschmack könnte es noch mal ein Tickchen direkter sein. Die Schaltvorgänge ein bisschen kürzer ausfallen. Aber grundsätzlich ist das in Ordnung. Auch in einem hohen Gang, zum Beispiel im sechsten Gang auf der Autobahn, hat man immer noch genügend Drehmoment, um dieses Mini-Gewicht, wir sprechen hier von 1070 Kilo, ordentlich voranzutreiben. Und das macht richtig Spaß. Und auf in die nächste Kurvenkombination. GTI. Drei Buchstaben, die verpflichten. Verpflichten zu Sportlichkeit. Und steckt diese Sportlichkeit auch hier im Volkswagen ab GTI? Ich meine ja. Wir haben hier einen 1 Liter Dreizylinder. Um genau zu sein, haben wir sogar 999 Kubikzentimeter Hubraum. Dank Turboaufladung schafft der es aber auf 115 PS und 200 Newtonmeter. Und wer genau aufgepasst hat, hat herausgefunden, dass das genau 5 PS mehr sind, als beim Ursprung dem Golf 1 GTI. Mit dieser Leistung schafft es der Up GTI in 8,8 Sekunden auf 100, wenn man das Gaspedal voll durchtritt und zu einer Höchstgeschwindigkeit von 196 kmh. Wir haben jetzt hier Benni Leuchter bei uns und die VW Motorsportfans. Die werden da bei diesen Namen bestimmt hellhörig. Dieser junge Mann hat nämlich mit dem Golf GTI Clubsport S auf der Nordschleife einen runden Rekord aufgestellt. Heute geht es aber um den Up GTI. Wo siehst du denn den Haupteinsatzzweck vom Up GTI? Den Haupteinsatzzweck vom Up GTI sehe ich eigentlich so mehr oder weniger in der City, aber auch für die zügigen Überlandfahrten. Das Auto macht unheimlich viel Spaß, gerade auf belgigen Straßen. Sehr wendig, sehr agil. Fairerweise muss man dazu sagen, es ist wahrscheinlich jetzt nicht der klassische Autobahnbomber. Aber gerade, wie ich schon sagte, im städtischen Bereich und Überlandfahrten, ich glaube, da kommt das Auto sehr gut zur Geltung. Ich durfte das Auto tatsächlich auf dem Bielster Berg bereits fahren. Durch den kurzen Radstand ist das Auto echt sehr agil auf dem Bielster Berg. Es geht nicht ganz so viel geradeaus, wie auf dem Nürburgring zum Beispiel auf der Nordschleife, sondern ist eher sehr kurvig und da macht das Auto echt enorm viel Spaß. Man erkennt es auf den ersten Blick, das hier ist der VW Up GTI. Wir haben nicht nur die drei prominenten Buchstaben hier, sondern auch grundsätzlich eine rote Zierleiste. Fällt jetzt hier beim roten Außenlack nicht besonders auf, aber wenn man den Ab in der klassischen Farbe Weiß oder Schwarz wählt, zudem steht noch Grau zur Verfügung, ansonsten war es das, dann setzt sich diese rote Leiste hier doch schon gut ab und man erkennt sofort, es ist der GTI. Ansonsten als Insignien haben wir hier vorne den relativ großen Stoßfänger mit dieser Warmvergitterung. Das sortiert ihn sofort zur Kategorie der sportlichen Fahrzeuge ein. Ein bisschen schade, wir haben hier vorne nur Halogen-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht. Xenon oder LED ist leider nicht verfügbar. Machen wir weiter mit der Seitenpartie des VW Up GTI, eins von vielen Badges hier im VW Up. Wir haben hier 17 Zoller, ja ganz recht, 17 Zoll beim Up, beim Kleinstwagen. Das ist schon nicht ohne, aber das merkt man noch beim Fahren. Der niedrige Querschnitt von 40, ja, das merkt man dann doch beim Abrollen, ist ein bisschen steifbeinig. Geht es schnell dazu, ja, dann passt das Abrollverhalten, dann passt auch der Gesamtkonform ein bisschen besser. Zurück zum Design. Ganz klassisch, wie beim Golf 1 GTI, haben wir da unten die schwarze Kontrastlinie. Das ist nicht nur so ein bisschen dieser Heritage, dieses Erbe vom Golf 1 GTI, sondern das passt auch ganz gut zur Gesamtoptik hier vom Up GTI und streckt die Proportionen. Ich meine, wir sprechen hier von insgesamt 3,60 Meter. Außerdem, das passt hier hervorragend gerade zum Roten, zum Weißen und auch zum Grauen ab GTI. Wir haben hier schwarze Außenspiegel und ein schwarzes Dach. Das setzt sich schön ab als Kontrast. Das passt und macht auch noch so ein bisschen mehr sportlicher, vor allem zusammen hier beim Dreitürer, dieser ansteigenden Fensterninie, die nach hinten hinten hoch geht und dann in diesen kleinen Kecken-Hack-Spoiler mündet. Ja, das ist schick. Und auch von der Seite sieht man, der hier, der hat ein bisschen mehr drauf als der Basis-Up. Angekommen am Heck fällt uns natürlich der schon erwähnte Heck-Spoiler auf. Nicht gerade kleinformatig, aber das passt zum sportlichen Eindruck, deshalb GTI. GTI natürlich auch wieder hier auf dem Heckdeckel und die rote typische Zierleiste, wie vorne im Grill, auch hier auf der Glashack-Klappe. Ansonsten ein etwas bauchigerer Stoßfänger hier hinten. Und wir haben ein kleines Abgasrohr. Könnte für den einen oder anderen beziehungsweise für die tiefer, härter, schneller Fraktion bestimmt auch ein bisschen größer ausfallen. Aber da wird der Tuning-Markt bestimmt Abhilfe schaffen. Ansonsten Kofferraumvolumen. Es ist ein Kleinstwagen. Ja, wir haben auch erst mal überlegt, passt das ganze Equipment rein. Aber zack, umgeklappt. Großer Stativkoffer, passt alles rein. Von wegen Kleinstwagen und wenig Platz und so. Wollen wir noch diese rote Ampelfaser einfach mal nutzen, um uns das Interieur des VW-Up GTI anzuschauen. Und ja, man merkt auch hier den sportlichen Anspruch des Topmodells. Wir haben hier Anteriorleisten, die grundsätzlich schwarz sind, aber dieses Red Dot Design haben. Nicht zu verwechseln mit dem Red Dot Design Award natürlich. Das wirkt recht hochwertig. Auch alles, was man anfasst, das wirkt schön hochwertig. Man merkt fast gar nicht, dass man hier in einem absoluten Kleinstwagen sitzt. Ein Kleinstwagen ist genau das Stichwort. Ich habe hier eigentlich, ich bin 1,90m groß, eigentlich genügend Platz für alle Gliedmaßen. Über den Scheitel ist genügend Platz, für die Ellbogen ist genügend Platz, für die Beine ist auch eigentlich genügend Platz, wenn da dieses kleine Wort eigentlich nicht wäre. Nun, den Sitz habe ich so eingestellt, dass ich mit den Armen perfekt ans Lenkrad komme. Das ist wichtig hier, wenn man so ein bisschen die Serpentinen und Kurven an dieser Küstenstrecke ausprobieren möchte. Jetzt habe ich relativ wenig Platz für meine Beine. Die sind ein bisschen stärker angewinkelt. Das liegt daran, dass das Lenkrad nicht perfekt einstellbar ist. Wir können es in der Höhe verstellen, allerdings nicht in der Tiefe. Das ist ein bisschen schade. Zurück zum Innenraum. Auf den engen Serpentinen und auf den Küstenstraßen hier rund um Nizza und Monaco haben wir es ein bisschen gemerkt, die Sitze könnten ein Tickchen mehr Seitenhalt bieten. Wir sprechen hier von einem GTI, der auch mal sein sportliches Potenzial ausnutzen möchte oder dessen sportliches Potenzial man nutzen möchte. Da würde man sich so ein kleines Tickchen mehr Seitenhalt wünschen. Ansonsten, wie gesagt, das Interieur fühlt sich gar nicht wie in einem Kleinwagen. Der Qualitätseindruck ist wirklich gut. Da gibt es nichts zu merken. Einzig hier die große Ablage in der Mitte. Wenn es da vielleicht eine kleine Abdeckung gäbe, das würde den Qualitätseindruck noch ein kleines bisschen steigern. Ansonsten, wie gesagt, Kleinstwagen. Billig. Keine Spur. Wir haben jetzt hier Rennfahrerlegende Hans-Joachim Stuck. Wie viel GTI steckt im Up-GTI? Ja, ich muss sagen, eine ganze Menge. Vor allen Dingen erinnere ich mich an den 1er GTI. Ich habe selber einen 1er GTI. Das ist ein kleines, kompaktes, leichtes Auto. Und das ist hier auch so bei dem Up-GTI jetzt schon ein bisschen die Gene da drin. Weil GTI, wie gesagt, das sind ja wirklich Kultbuchstaben. Und ich finde es vor allen Dingen große Klasse, dass jetzt hier wieder die Jugend auch angesprochen wird. Wir haben so ein bisschen... Die Jugend ist ja nicht mehr ganz so autoaffin wie früher. Aber ich glaube, hier vielleicht haben wir eine Legende geboren, die auch erschwinglich ist. Weil normalerweise kostet er 40 plus. Den kriegst du schon für unter 20. Und er hat gute Gene. Er hat vor allen Dingen einen coolen Motor. Er hat eine gute Bremse. Er hat ein gutes Fahrwerk. Also muss ich sagen, das kommt der Sache schon ganz nah auf. Zack, Motor aus. Nicht nur dank Start-Stop-Automatik, sondern auch dank des kleinen Hubraums. Wir sprechen hier von Downsizing. Ist der VW Up-GTI ein echt sparsames Auto? Zumal er der erste VW ist, der nach dem neuen Testzyklus, WLTP, getestet und eingestuft wurde. Und da sprechen wir von 5,6 Litern im Durchschnitt. Wir sind hier grob einen Liter drüber. Wir haben noch viel Stadtverkehr und haben es in den Kurven noch mal ein bisschen sportlicher angehen lassen. Wer sich jetzt wundert, dass der neue Up-GTI nur mit der Effizienz-Klasse C eingestuft ist, das liegt daran, dass er zu leicht für seinen Verbrauch ist. Kommen wir zum Fazit des Up-GTI. Die Gran Turismo Injection, das war die Frage vom Anfang, wie viel Gran Turismo steckt tatsächlich hier in diesem kleinen schicken Stadtflitzer? Ich meine ganz viel. Gran Turismo, das ist ein Fahrzeug, das zu der Langstrecke taugt, aber auch sportlich ist. Und genau das, das ist der Up-GTI. Er redet Sportlichkeit, aber er nervt nicht damit. Gut, das Fahrwerk ist hier und da ein bisschen knackiger, aber im Endeffekt, es soll ja auch ein sportliches Fahrwerk sein. Und diese Optik, überzeugen Sie sich selbst, die passt, die ist knackig. Wir haben Reminiszenzen an den Golf 1 GTI und damit, ja, wird die Legende fortgesetzt. Das passt. Und das ist halt. Und das ist halt. Und das ist halt. Vielen Dank.